und ab geht der Peter im Sprinteren oben durch die Highlands noch schlimmer habe ich es noch nie gesehen jetzt kommen wir so in die Geschwindigkeit wieder zum Tragen schmeißt den Nitro auf die Strecke es ist ja nicht mal eingezeichnet die Abkürze und ich quäle mich da außen rum aber wir sind schon schnell unterwegs jawoll nice ich wollte es einfach nur mal machen das ist ja wie der rote Blitz hier wir sind ja blau die Kante schon wieder da hatte ich der letzte Maschenschiss dass ich mich da irgendwie dran aufhänge verdammt wir müssen ihn kriegen aber das ist ja noch nicht mehr nicht jetzt kommt der ist der schlimme Part verdammt der Scheiße ich hab den Nitro wieder total in eine unwichtige Stelle rausgehauen und der ist da einfach jetzt mega schnell lass mich nicht gegen die Wand nicht gegen die Wand und du stehst im Weg du scheiß Auto konnte ich keine Ideallinie fahren wie ich es sonst immer tue so jetzt kriegen wir den vielleicht in der Kurve ja ja Windschatten gib mir Windschatten komm ich wollte umdrehen ok ich drehe dich nicht um das ist nett drehe ich am besten von alleine um wir können alles so weh gehen ich gebe dir die Hälfte vom Preisgeld ach und du stehst bin ich im Weg stell dich wieder ordentlich hin komm 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 ich weiß den Knopf nicht zum hinstellen ich weiß es nicht was macht er denn da? was machen die denn da? scheiße Fischer Knopf äh ich weiß es nicht ich glaube Iwas scheiße den krieg ich doch im Leben nicht mehr Massen-Crash hier im Sprint alle sind so über dieses beschissene Auto rüber geflogen so jetzt mach mal Speed Junge mach mal Speed hau mal raus hier damit ist keines vergessen das war mir so klar das ist nichts gut Nitro Fall komm her verdammt vorsichtig umgehen mit dem Nitro ich brauche ihn bestimmt noch und jetzt bloß die Abkürzung nehmen wie hat es ihn nicht rausgehauen? im Endeffekt glaube ich oh Mann aber da sehe ich 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 hier ist sie doch verdammt 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 es tut mir halt ich streng mich an aber Nitro Show jetzt hau ich keinen raus sondern hohe lieber Windschatten her ich lasse mich mal schön vorbei der Reine muss ein Rennen gewinnen das hat meine Dummheit mir mal einen Vorteil gebracht verdammt schon wieder ist verplant kann doch nicht sein und die wissen es alle dass da das Ding ist uah uah das habe ich dir heim und wann wenn wir uns im nächsten Rennen wiedersehen jump jump ich habe noch Nitro ich habe noch warum bleibt er denn stehen? warum bleibt er stehen? ich habe es genau gesehen er ist stehen geblieben komm 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 feuer feuer war das der erste? ja das war der erste wow 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 komm 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 schön sehr gut rum und schnell wieder ein bisschen voraus haben. Ey, die sind mir immer noch im Fersen, aber da bin ich so gut unterwegs. Aber wir können jeden knapp vorbei gebrauchen, aber die wollen uns keinen geben. Wie kann man sich das vorstellen mit dem knapp vorbei? Man fährt an denen vorbei und die reichen einem so eine kleine Pulle mit Treibstoff, die einen dann nochmal extra pusht oder wie läuft das? Weil sonst wäre es ja irgendwie blödsinn, dass die sich das genau deswegen auflädt, wenn wir an jemandem vorbeifahren. Er muss uns ja irgendwas im Vorbeifahren geben, dass das funktioniert. Oder unser Auto hat ein... Oh man, irgendein Magnetfeld, was sich da auflädt, wenn man nah an einem Auto vorbeifährt. Das muss es sein. Fahr, Junge, fahr, fahr. Komm schon. Jawoll. Jawoll. Da fällt mir ein Ei auf der Hose. Ja, Explorer. Oh man. Und dann gibt es wieder was. Ja, Downhill Drift drin. Die haben ich natürlich nie gesehen. So als werden wir jetzt hier vorne wahrscheinlich bekommen. Ja, ihr scheiß Autos überall. So. Hoho. Der ist schon sehr mit mir schlecht. Und ja, verdammt, hab ich den Start verpasst, weil ich mir über die Stirn fassen musste. Ich überdrehe doch nicht so. Na gut, 8000 haben wir schon. 8000. Und 600 verloren. Du seht das. Oh, noch mal 7000. Oh, verdammt. Ich glaub das ist nichts für mich. Schneller, Junge. Schneller. Warte mal. Schneller. Nicht so schnell. Nein. Verdammt. 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 Jawohl. Reicht, reicht. Jawohl. Ach. Wow. 22% und 54%. Äh, ja, ja. Ist in Ordnung. Ist noch im grünen, naja, so im gelben Bereich ist es noch. Wird knapp, wenn wir so schlecht weitermachen. Nein, oh, nein, oh, jawohl, jawohl, das sieht noch gut aus, noch, noch sieht's. Nein, oh, nein, aua. Ja, also, ich glaube, so ein, ach scheiße, so ein Video zu machen hier, wieviel Milliarden ich schaffe hier beim Downhill Drift ist, bringt nichts. Ich bin auch da, um euch zu unterhalten, um euch zu zeigen, was hier, was theoretisch möglich ist. Hör doch auf, ich drück auf die scheißen Blämsel. Wird knapp, wenn ich jetzt nicht wieder alles an einer Stelle verkacke. Scheiße, scheiße, jawohl. Hör doch auf, Junge, jawohl, jawohl. Hör auf, Auto und Frames bleibt mehr halten. So, reicht, 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 nein, nein, nein. Scheiße, da hätte ich außen langfahren können. Ihr seht's. Aber ich glaube, jetzt, jetzt ist es vorbei. Oh. Das ist hier das Coole. Man kann da außen langfahren und da ist dann alles, hat man mega viel Platz und so weiter. Jetzt dreh dich doch mal wieder ein Auto. Wie viel da bin ich? Noch ist nichts im Sack hier. Aber ich bräuchte halt... Frames, ja, die sind jetzt auch wieder da. Hör auf, hör auf. Scheiße. Scheiße, wo soll ich denn jetzt noch 50.000 jetzt saubern? Ich muss da kurz auf den Knopf drücken, bis gleich. So, helfen wir kurz rausgedrückt, jetzt soll das wieder gehen. Ich mach das immer sehr ungern, zu unterbrechen, aber bevor ich hier alles normal fahren muss. Nein, nein, nein. Scheiße, Frames. Warum jetzt nur 800, Mensch? Ich bin schneller, ne? Weil das Spiel das nicht erkennt, dass ich schneller bin. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich hab keine Lust mehr. Das ist deprimierend. Immer kommen scheiß Autos und ich fahr immer gegen die Wand. Und schaff trotzdem so viel. Oh, Frames. Frames, late. Hör doch auf! So, das machen wir jetzt so. Wir schicken ein bisschen. Ich versuche ja, da wie die Autos schon kommen und jetzt stehen bleiben. Bleiben sie stehen. Damit sie auch ja... So, hier mal so einen raushauen. Jawohl. Da ist mal hier ein bisschen was noch drin geblieben im Beat. Ich versuche früher aufzuhören, damit wir... Boah. Boah. Früher aufhören, damit weniger ist, aber wir wenigstens auch alles mitkriegen. Und wenn wir jetzt mal hier ein auf... Ein auf... Ein auf... Ja. Man darf sich nicht mehr als 90 Grad drehen, sonst über unser Berichter. Wir sind da eigentlich noch viel weitergekommen. Jetzt mach doch mal wieder. Okay, Drift ist nicht meins merken. Drift ist nicht meins. Nicht mehr. Am Anfang war Drift meins, weil Drift das am leichtesten. Jetzt ist Drift nicht mehr meins. Aber wenn ich es richtig sehe, haben wir schon 100.000. Wir sind auch nicht mal bei der Hälfte. Aufhören. Das wäre doch blöd, wenn ich hier hinten reinfahre. Ich sag immer aufhören. Bringt nichts. Ist leider kein Sprachcomputer. Los, komm aus dem Puffin hier. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das kann man uns erlauben. Wir fahren jetzt auch da oben außen lang, wenn ich es nicht wieder vergesse. Aber wie man hier durchgehen dürften soll, das ist ja auch noch ein Rätsel. Verdammt. Verdammt, habe ich es schon wieder verplant. Oh ja, das ist gut gelaufen. Sollte trotzdem ausreichen. Und jetzt muss ich ernsthaft da oben noch zwei oder zweimal Drift fahren, glaube ich. Das wird ja nichts. Das wird ja nichts. Oh, es wird nass. Jetzt merke ich auch mal einen Unterschied. Hör auf, Junge. Wir sind schon erster, glaube ich, oder? Jawohl, wir sind schon erster. Wir dürften trotzdem mal zu Ende. Vielleicht kriegen wir dann 300 Misttauchenpunkte. Ja, superklapp. Superklappklapp. Jetzt könnt ihr ruhig klatschen. Trotzdem 300. Durchatmen. Ich hoffe nicht ins Mikro. Spoiler. Tja. Ihr seht es aber erst im nächsten Part. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.